Ne, da war ich eine Frage, wie es abgelaufen ist hier oder wie mein Gefühl war und ja, also ich habe keine Aufregung oder so, alles cool. Also von der Organisation ist alles gut gewesen, bin zufrieden. Es war jetzt nicht irgendwie etwas, dass ich jetzt gesagt habe, oh, das ist jetzt komisch, sondern eigentlich fühle ich mich gut aufgehoben. Ja, das war alles gut, wir haben halt ein bisschen gewartet auf den Fahrer und von der Strecke her war ja vorhersehbar, dass es so lange dauert, aber sonst bin ich zufrieden. Da habe ich auch einen guten Eindruck, habe auch ein gutes Gefühl und ich fand, dass der Arzt das recht gut erklärt hat. Ja, genau. Nein, die Trouble ist, ist die beste. Ist das. Ist das? Das war's.